hallo youtuber herzlich willkommen hier bei einer erneuten aufnahme von mw3 ja hat man jetzt nicht direkt so lust auf den multiplayer weil ich dachte ich hätte mal lust auf den chaos modus kennt ihr habe ja mal vorgestellt auf der pc fassung und um es habe ich Lust gehabt den euch nochmal ja wie gesagt mal nur ein bisschen mit euch zu spielen oder allein ihr schaut zu aber ich denke mal das Problem ist das Sound vom Rekorder kommt auf mein Herzen und das Herzen liegt direkt neben dem Mikrofon und ihr wollt es ja nicht doppelt hören das schaffen wir schon schon oft gespielt hier kommen Bonus doch hier behalten scheiß auf die Hunde alle müssen sterben hey warum gibt es hier eigentlich schwarze menschen ich weiß was ich nicht weiß aber ich weiß ja 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 ja wir sind echt nix drauf leute Ah. Woher? Ein W7. los komm schon her was ist denn los? was ist denn los heute hier? ich habe schon lange nicht mehr erlebt hier mit der Gegner kommen hier wirklich so viele? woher jetzt hier? woher jetzt hier? woher jetzt? Vorhuse unterwegs verhalten Sie die Kontroll verhalten Sie die Kontroll 10 Minuten nochmal ja Elimina 6 1 10 1 Oh, ah, ja. Oh, ah, ja. Ah, na. Machen wir nochmal Resistos. Damit es auch allen Spaß macht. Komm mal hier. Ah, ja, ja. Ich hoffe nicht. Oh, ich spiele so selten mit dem MK, aber das Ding ist so geil. Das ist doch so eine geile Waffe. Gut, im schnellen Multiplayer muss man es können, gebe ich ehrlich zu. Ach, ich dachte, man könnte zwei Premiere mittragen. Ah, Mann. Fresse. Was sagt er eigentlich, ich verstehe mal Visierungen oder sagt Visierungen? Was sagt er eigentlich? Verstehe ich schon kein Deutsch mehr. Gehen bleiben. Was machen wir so denn? Ah, da ist ja direkt das nächste Arschloch. Ich habe mir viel Munition hier. Ja geht. Ei weiß, wer weiß, ist, was. Da haben sie spiral bist. surgical Hayır ist. Ein Preis. Ja selber geht musst du dich. Gehen. Ja. Das war die hull. Oh ja, hier ist die Pfunggang. Komm! Oh ja, hier ist die Pfunggang. Einfach mal schlafen legen, Leute. Ja, kein Xbox-Profi, ich gebe mir ganz ehrlich zu. Oh ja, hier ist die Pfunggang. Oh ja, hier ist die Pfunggang. Komm schon. Ja, was haben wir jetzt? 2,5 Millionen Leute. Ja, war eine gute Runde, besser als die vorige, oder? Ja, das war immer so gut, ne? Ja. 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 Ja.